I got something now to get the people on the floor. Ich glaube nämlich, dass es uns helfen würde, wenn wir etwas mehr über uns selbst und wer wir sind wissen würden. Damit hätten die Leute etwas Konkreteres, wozu sie sich verhalten könnten, wenn sie uns als gesammelte Person begegnen. Kommt ihr es verdrängt? Also ich habe es nicht verdrängt. Ich finde auch nicht, dass ich es verdrängt habe. Ich denke tatsächlich sehr viel an diese Schulden. Ich auch. Ja, aber die sind verdrängt. Wir werden ein erbärmliches Leben fristen. Mit zwei Zähnen, einer Plastiktüte und einer selbstgemachten Hüfte. Sie wurde so negativ bei jedem Gespräch. Alles war ein Problem. Dann konnte sie nicht stricken, dann konnte sie nicht Klavier spielen, dann konnte sie nicht Fahrrad fahren. Was ist mit dir? Hast du dir einen Typen geangelt? Nein, du weißt nicht, wer du bist. Und das ist dein Problem. Ist es, weil du selbst nicht weißt, wer du bist? Aber bin ich doch. Ich bin ein Teil von uns. Verzeihung, denkt hier irgendwer an den Tod?